Mit dem Sonnenuntergang wird das wohl nichts werden, bei den Wolken. Aber hier ist die holprigste Straße in der Gegend, die ich kenne. Hier kommt schon der erste große Holfer bei der Einfahrt. Da müssen wir jetzt rüber und nirgendwo anstoßen. Und hier ist es richtig, richtig scheiße. Oh, hier geht es nicht weiter. Und der Härte-Test geht weiter. Was ist der Hammer? Wieder angestoßen. Wieder angestoßen. Bis zum nächsten Mal. So, noch ein bisschen üben. Was hat das denn? Mein Gott. So, noch ein bisschen üben. So, noch ein bisschen üben. Na ja, was haben wir? Ach, Mann. Ja, mit dem Wind ist schon etwas doof. So sieht es hier aus, wo wir durchgefahren sind. Ja, hier wären wir wirklich nicht weitergekommen. Ich bin sicher. Ja, ich bin sicher. Ich bin sicher. Es gibt viele Leute, meine Schatten. Wir sind aus dem Meer, wo wir heute haben. Bis zum nächsten Mal.